Das ist ein Rufhorn und dieses Rufhorn, mit dem Rufhorn kann ich das Wesenhaft herbeirufen und es kommt augenblicklich. Ich rufe euch, ihr vier Elemente der Wesenhaftigkeit dieses Waldes. Ich rufe auch die Himmelscharen und ich freue mich, dass ich ein Freund von euch bin. Ich rufe dich, Merkur, du Großer, Allmächtiger, ja, du Gottesdiener. Dann rufe ich allen, meinen liebsten Freunden, ich danke euch, dass ihr da seid. So viel zum heutigen Tag. Ihr Markus Bösch